Fabrice Herzog, was für eine unglaubliche Overtime. Zuerst eine Riesenchance, dann im Gegenzug das Goal von Manbuell. Wie haben Sie es von der Bank aus gesehen? Ja, es ist sicher bitter. Wir hatten eine Riesenchance vorne. Aber ich glaube, es hat schon im ersten Drittel geschaut, dass wir zwei Goal bekommen. Mal schauen, dass wir diese nicht gleich überkommen am Anfang des Drittels. Man hat das Gefühl, die Energiereserve bei euch ist schon ziemlich angezapft. Jetzt auch gegen den HCD, die länger spielfrei hatten. Wir sind trotzdem zweimal zurückgekommen heute. Umso bitterer, dass es am Schluss dann doch nicht reicht für den Zusatzpunkt. Ja, sicher. Aber ich glaube, anfangs spielen wir mal mehr bereit zu sein und dürfen dann nicht gleich zwei Goal fressen. Jetzt haben wir das grosse Highlight wieder hier in der Bossard Arena Champions Hockey League. Ist das schon ein bisschen im Hinterkopf, auch heute? Nein, noch nicht. Wir freuen uns sehr auf das Spiel. Es ist sicher unser Ziel, um weiterzukommen. Viel Glück am Dienstag. Merci.